Na, was ist denn das? Marktteilnehmer, die noch nicht so lange mit dabei sind, die erleben heute nach langer Zeit. Na gut, wollen wir nicht übertreiben, aber die letzte rote Tageskerze beim DAX, die hatten wir am 27. November. Das ist schon eine Weile wieder her. Seitdem gab es nur Grünes zu sehen, also nur Aufwärtsbewegung und heute schickt es sich an. Noch ist der Dach nicht ganz rum, aber schickt es sich an, vielleicht sogar eine rote Tageskerze zu werden. Na gut, wollen wir es mal sehen, wirklich übertrieben. Pessimistisch muss man deshalb noch nicht sein. Wir haben gesehen, dass wir hier zwischendurch immer mal was Rotes mit dabei hatten und trotzdem ist der Kurs nach oben gegangen. Also das ist noch nicht zwingend ein Turn-Signal. Für diejenigen, die long sind, bleibt es natürlich alles beim Alten, im Groben zumindest mal. Stop einfach hinterherziehen. Wir gucken aber mal so auf kleinerer Ebene, ob man damit irgendwas anfangen kann und da wechseln wir mal auf den DAX Future und schauen mal, wie hier die Situation aktuell aussieht, vielleicht für den heutigen Nachmittag. Immerhin ging es schon mal zwischendurch zackig nach unten. Wir sehen hier mal so eine steile Abwärtsbewegung. Da werde ich hellhörig. Also wenn ich so etwas sehe, da muss man schon sagen, das ist schon sehr auffällig. Wenn es dann korrektiv, also mit möglichst flach, möglichst seitwärts gerichtet, mit Überschneidungen nach oben geht, dann wird es gefährlich für die Abwärtsseite. Allerdings, die Marktteilnehmer haben gesagt, Moment, so gilt das ja nicht. Wir sind da steil wieder nach oben gelaufen und haben alles wieder wettgemacht. Allerdings, ihr seht schon, sehr volatil das Ganze. Der Kurs anschließend wieder heftig nach unten gerutscht. Also ein ganz schönes Hin und Her und das zeigt, dass der Markt so ein bisschen fickrig wird. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das Ganze jetzt noch weitergehen. Sollen wir noch weiter kaufen? Boah, jetzt immer noch auf dem Niveau? Hm. Ja, das ist tatsächlich nicht ganz unbedeutend, diese Frage. Aktuell scheinen da viele so ein bisschen eher die Zweifel zu haben, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Naja, viele weiß ich nicht. Aber zumindest mal, was den heutigen Tag angeht, hat man den Eindruck, dass die Bedenken vielleicht ein bisschen größer werden. Das ist bei weitem noch kein Short-Signal. Also bitte nicht davon ausgehen, ah, guck mal hier, das ist rot. Jetzt muss es fallen. Wenn ihr nicht sicher seid, guckt euch an, was hier rot bewirkt hat, was hier rot bewirkt hat oder hier rot bewirkt hat. Das ist noch alles ganz harmlos. Aber seid euch dessen bewusst, dass die insgesamtige Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, durchaus eine Pause verdient hätte. Man dürfte nicht stinkig oder maulig sein, wenn der Kurs jetzt wirklich mal sagt, ja, komm, lass uns mal runtergehen. Ich rede davon schon die ganze Zeit, dass das früher oder später kommt. Das klingt immer so ein bisschen, ja, das ist ja auch Billigheimer. Ja, irgendwann wird es runtergehen. Ja, gut, das weiß auch meine Oma, dass das irgendwann passiert. Na gut, meine Oma interessiert sich nicht mehr für Kurse. Das Thema ist für sie komplett durch. Aber trotz alledem, wir müssen als Händler darauf gefasst sein. Es geht ja nicht darum, jetzt gleich hier in Panikmodus zu fallen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, da ist jetzt eine rote Kerze. Jetzt dreht der Markt massiv und wir werden alles verlieren. Nein, darum geht es ja gar nicht. Also selbst in diesem Aufwärtsszenario, was wir hier haben, besteht ja noch eine Chance, dass wenn wir korrektiv runtergehen, anschließend sogar noch mal wieder weiter nach oben. Das Problem ist nur, in einem Bullenmarkt müsste das irgendwann mal kommen. Das wäre ja noch nicht kritisch. Das Doofste wäre jetzt, was ich allerdings nicht vorzüglich erwarte. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass wir gar keine Korrektivbewegung, sondern eine steile Bewegung runterkriegen. Und naja, wie er dem ist, geht dann korrektiv hoch. Dann sind wir sogar eher auf der Abwärtsseite und von wegen nach oben. Aber im Moment würde ich das nicht als präferiertes Bild sehen. Also im Zuge dieser Gesamtbewegung, an der Stelle noch mal eine Longseite, also so eine starke Aufwärtsbewegung, würde ich tendenziell eher vermuten, dass wir eher wohl eine Korrektur hier dieser Art bekommen. Also da sieht es wohl danach aus. Aber ob das jetzt mit diesem Ding schon losgeht, naja, seid mal vorsichtig, von wegen jetzt übermäßiger Panik nach unten. Aber seid auch vorsichtig im Sinne von, nee, nee, das kann nicht passieren. Sprich, wie geht man jetzt als Händler damit um? Vorsichtig sein, es klingt immer gut, aber das heißt es jetzt konkret, naja, zieht halt irgendwie einen Stopp hinterher. Das kann ein Supertrend sein. Ihr seht, ja, in so einer Trendphase läuft das ja einigermaßen gut, so vier Stunden mäßig. Im Tagesschart wäre mir der zu weit weg. Kann man auch machen. Wenn ihr also nicht ganz so eng dran sein wollt, dass ihr kleinere Rücksetzer überlebt, dann überlegt euch halt, ob ihr das im Tagesschart macht. Parabolic Supertrend sollte da durchaus passen. Sind ungefähr bei 16.500, beide, das ist kein großer Unterschied, für welchen ihr euch da entscheidet. Wenn euch das zu weit weg ist, wird ihr sagen, jetzt habe ich so schön Gewinne, die will ich alle nicht wieder hergeben, werdet ihr ungefähr im vier-Stunden-Chart bei 16.700, wo sind wir da gerade, 16.730 beim Supertrend und quasi hier unter diesen aktuellen Tiefs beim Parabolic, also da nehmt ihr vielleicht die 760, irgendwie war 16.760. Da habt ihr natürlich nicht viel Spielraum. Wenn der jetzt ein bisschen runterfällt, fliegt ihr raus. Naja, fliegt ihr raus, klingt schlimmer als es ist. Nehmt ihr die Gewinne mit, die ihr hier gemacht habt auf der Aufwärtsbewegung. Ja, also das nicht vergessen. Intraday, also aktuell, naja, so den letzten spannenden Arm finde ich immerhin noch diesen hier. Kommt es wirklich korrektiv runter, wäre das nochmal die Aufwärtsseite. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass diese scharfe Seite jetzt hier eine Seitwärtskorrektur und dass es eben nicht korrektiv runter geht und dann hoch. Das wäre ja noch die bullische Sichtweise, sondern dass es steil runter geht. Also wenn ihr Long sein wollt, also hier aufgrund des kurzfristigen Charts, achtet wirklich drauf, dass Rücksetzer korrektiv sind, um in die letzte starke Bewegung zu handeln. Ist die korrektiv, wäre das die letzte starke. Das wäre also die Bewegungsrichtung, die wir wollen. Und zack, an der Stelle beispielsweise dann ein möglicher Long. Das wäre so die Idee, die man auch vielleicht nachmittagsmäßig dann hier machen kann. Also sowas in der Richtung. So, also insofern, das wäre der, die Überlegung hier beim DAX. Gucken wir mal eben, was die Kollegen machen. YM. YM ist, also der Dow Jones Future quasi. Der hat immerhin im 4-Stunden-Chart eine Umkehrkerze und wer es vermutet, die ist schon so ein bisschen bläulich, wer es im Kerzen-Chart, der hat schon die Vermutung, das könnte doch so ein Wornbar sein. Ja, ganz genau. Nicht für den heutigen Trade des Tages. Den haben wir als Apple festgelegt. Aber trotz alledem, wer bei Born for Trading mit dabei ist, der hat den natürlich eben gerade von mir schon genannt bekommen. Also hier bietet sich bei YM vielleicht eine Chance an. Aber insgesamt, wir haben hier zwar auf Tagesebene auch schon so ein bisschen so eine Andeutung. Na, guck mal, Tail auf der Oberseite. Naja. Also, weiß ich noch nicht so richtig. Also, echte Schwäche ist dann noch nicht zu erkennen, wenn ich mir diese Abwärtsbewegung angucke. Also seit diesem Pinnökel, den wir hier nach oben haben. Wie viel Wellig sieht die aus? Ich schiebe es mal daneben. Nein, das sieht sehr dreiwellig aus. Dreiwellig ist nicht die Haupttrendrichtung. Ich sehe also ganz gute Chancen. Naja, ist noch nichts passiert. Keine Sorge, keine Panik. Da geht noch mal ein bisschen was nach oben. Also, wir sind ja auch noch ein bisschen unterm Allzeithoch. Wenn man auf Future guckt, könnte man meinen, wieso? Da sind wir doch jetzt hier schon drüber. Ja, der Future natürlich mit seinen Verfallstagen neigt dazu immer so ein bisschen abzuweichen. Okay, der ist immerhin schon auf neuem Allzeithoch. Der DAX, nee, der Dow-Index, man sieht es hier im Wochenschart, da ist noch ein bisschen Lücke dazwischen. Also, da haben wir noch ein bisschen Platz, bis es da tatsächlich dann wirklich auf neue Allzeithochs geht. Ob wir die noch tatsächlich jetzt erreichen, ist fraglich. Aber es steht dem augenblicklich nichts Großartiges entgegen. Ja, also auch wenn ihr jetzt sagt, das ist doch eine Umkehrkerze hier, ein Shootingstar, ein sogenannter. Das stimmt schon, aber der müsste nach unten natürlich getriggert werden, um dann wirklich geltend zu werden. Und das ist er ja hier nicht. Und ja, dementsprechend dann noch nicht super viel Aktivismus. S&P, ebenfalls die Erwartungshaltung. Ausbruch aus dieser Range könnte die Ausbruchsrichtung erst noch mal fortsetzen. Also hier ebenfalls so eine Blaufeinfärbung. Das lässt schon vermuten, worauf das hinausläuft. Insgesamt allerdings immer noch starke Aufwärtsrichtung, noch nichts wirklich zu erkennen aktuell, was für ein Dreh spricht. Also auch hier, wenn ich hier noch mal ein bisschen rauszoome, im 5-Minuten-Chart starke Richtung, hochstarke Richtung. Zwischendurch mal Pause. Klar, da ist ja auch mal Nachthante. Da passiert dann nicht so arg viel. Hier gab es dann den Rücksetzer um 14.30. Ja, gut, meine Güte. Da sind sie dann mal alle erschrocken. Man kann natürlich auch gucken, 14.30. Da weiß jeder schon sofort, na, wenn das nicht irgendwie was mit dem Kalender zu tun hat. Natürlich, heute gab es CPI, Consumer Price Daten, also Consumer Price Indices, waren hier und die waren erwartungsgemäß und dementsprechend, die waren ja gar nicht besser. Wir sind doch sonst immer Besseres gewohnt. Ja, aber besser als erwartet muss es ja nicht unbedingt sein. Schlechter als erwartet wäre das Problem. Es ist ja den Erwartungen entsprechend und scheinbar haben die Marktteilnehmer das dann auch irgendwann begriffen und haben gesagt, ja Leute, so schlimm ist es ja nun wirklich nicht und gehen jetzt wieder hoch. Für den heutigen Nachmittag, vielleicht gerade beim S&P, ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben, wackelige Abwärtsbewegung würde mich durchaus motivieren für nochmal eine Longseite. Aber achtet darauf, dass das korrektiv ist. Dann habt ihr hier als starke Seite, hättet die Abwärtsseite als schwache Seite. Fände ich nicht so doof. Ja, also das im Hinterkopf behalten. Es droht die Chance auf einen Long, wenn man so will. Nämlich nach einem starken Anstieg. Jawohl, korrektiven Rücksetzer. Da sind wir gerade vielleicht dran, um anschließend die Fortsetzung nochmal zu halten. Wundern würde es mich nicht, ehrlich gesagt. Also dementsprechend, wenn das hier passiert, habt ihr als Intrader Händler hier nochmal eine Idee für einen Long-Einstieg. Wenn ihr eher übergeordnet seid, mal gucken, wie weit das noch geht. Hier droht so ein bisschen so wendemäßig, das so halbwegs auszusehen, aber noch ohne Überzeugung. Also ohne jedweden Druck auf der Abwärtsseite. Das ist immer noch nicht gegeben. Wenn auch die Anzeichen zumindest ein bisschen mehr in die Richtung gehen, Druck nach unten. Naja, das ist es wahrscheinlich nicht. Na gut. Also in diesem Sinne euch jetzt erstmal für eure Handelsentscheidungen alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.